Also ich führe meine Freundschaften nachhaltiger und qualitativer als mehr so in der Quantität oder im hedonistischen oder weiss ich was. Mein Selbstbewusstsein musste ich aufbauen nüchtern, das war schon sehr viel. Und auch Sexualität ist natürlich auch ein riesiges Thema. Also nüchtern, selbstbewusst, sinnlich, sich fallen lassen, Sex zu haben. Das habe ich schon viel gebraucht, um mich in diese Situation hinein zu begeben. Mein Thema heute, mein nüchternes, schwules Leben. Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den aussergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist Schweiz. Mit Alexander Wenger. Ich begrüsse Dominik Hartmann. Er ist 32, Schauspieler und wohnt in Zürich. Dominik ist schwul, cis und nutzt Pronomen er und they. Dominik Hartmann ist Mitgründer von Queer & Sober. Eine Gruppe von Queers, die gemeinsam Sachen unternimmt und dabei keinen Alkohol trinkt oder Drogen nimmt. Willkommen Dominik, schön bist du da. Hoi, danke vielmals, merci. Dominik, was bedeutet dir den Alkohol? Ich musste schon mal schmutzeln wegen dem Namen, weil es einfach lustig klingt, mein schwule nüchterner Leben. Okay, also mit Alkohol, was bedeutet mir den Alkohol? Alkohol bedeutet mir eigentlich momentan nichts mehr. Du bist komplett trocken? Also ich bin nicht trocken, in dem Sinn, dass ich mal ein richtiges, gut das ist subjektiv. Aber ich bin trocken im Sinn von, ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke natürlich andere Sachen, die liquid sind. Dementsprechend bin ich nicht trocken, aber ich trinke keinen Alkohol. Okay. Und wenn du jetzt aber zurück schaust auf dein Leben, was bedeutet dir da den Alkohol oder was hat den für Stellenwert gehabt? Hey, der Alkohol ist für mich wie eine Begleitinstanz oder ein Charakter, würde ich das dramaturgisch sehen, wo wie ich sagen musste, hey, schau, danke vielmals, I think it's not a match. It's a toxic relationship. Bye, ich gehe, glaube ich, weiter. Und das ist so, so würde ich sagen, ist der Alkohol für mich. Es war eine toxische Beziehung. Also etwas, was man komplett beenden muss. Also etwas, was es kein Mittelmass gibt für dich? Für mich nicht. Also eben, ich kann wirklich nur subjektiv reden. Für mich gibt es da gar kein Mittelmass. Es ist nicht, ich mache unter der Woche eine healthy relationship mit mir selber und am Wochenende gehe ich in meine toxic relationship und bumse. Also no. Kein Cheat Day sozusagen. No Cheat Day. No, no, no. Du hast mit 13 angefangen zu trinken. Was war das für eine Situation, in der du zum ersten Mal Alkohol getrunken hast? Was war das für ein Getränk? Weisst du das noch? Ja, ja. Also, anfangen zu trinken heisst nicht, dass ich dann ab dann regelmässig irgendwie... Ich habe nie regelmässig Alkohol getrunken, in dem Sinn, dass ich am Morgen aufstehe und das Gefühl habe, ich muss jetzt Alkohol trinken. So war es bei mir nie. Ich habe mit 13 das erste Mal Alkohol getrunken, in einem ganz klassischen Dorfsetting. Wir sind anfangs Pubertät im Dorf. Wir sehen die erwachsenen Leute, die den Dorf fest trinken. Das wollen wir auch. Und dann haben wir natürlich auch Haraspier, ist das glaube ich. Und weisst du noch, wie du es damals gefunden hast und was es für eine Auswirkung hatte auf dich als Gruppe und dich als Mensch? Also für mich war der Alkohol immer eine sehr positive Erfahrung. Der Alkohol hat bei mir etwas vergrössert oder eher hervorgeholt, was ich sonst im Alltag nicht hatte. Es war so eine Leichtigkeit, auch einfach viele Gedanken sind nicht mehr vorhanden. Und ich war sozial und selbstbewusst. Und das habe ich dann so miteinander verbunden. Aha, Alkohol bewirkt bei mir das. Und das war dann so connected. Wie warst du denn als 13-Jähriger? Ich weiss es gar nicht, es ist so lange her. Also, mit 13, wie war ich? Hey, ich war halt schwul im Dorf. Ich weiss nicht lange das. Ich war ein schwuler Bub im Dorf. Das ist, glaube ich, bekennzeichnend. Und ich habe in dem Sinn glücklicherweise nicht direkte Homofeindlichkeit erfahren. Oder so, wie ich mich erinnere. Weil viele blende ich wahrscheinlich auch aus. Aber ich war mit 13 schon eher der Typ, der dann eher einmal gemobbt wurde in der Schule oder so. Einfach so. Ich war immer sehr kreativ. Ich war immer sehr sensibel. Typisch Theater-Gay. So in diese Richtung ein bisschen. Wie ist es dann weitergegangen? Du hast gesagt, du hast nie regelmässig getrunken. Aber was waren die Situationen, in denen du dann wieder getrunken hast? Also einfach im sozialen Setting. Man trifft sich mit den Freunden. Wir fahren mit den Töffchen irgendwo raus aufs Feld. Und trinken dort ein paar Bier und fahren dann wieder nach Hause. Oder dann an einem Dorffest. Oder dann haben wir auch angefangen, die nächste grössere Stadt kennenzulernen. Die Brücke. Und dann sind wir natürlich auch da, mit so 16, 17 Jahren schon in den Beizen. Das Leben, das wir gefunden haben, oder das ich damals gefunden habe, das ist das Leben, in dem erwachsene Leute leben. Und für mich erstrebenswert ist. Und dann hat irgendein Kollege vom Kollegen das Zeug jeweils besorgt im Laden dann? Ich bin 1,98 groß. Schon damals? Bist du so gross gewesen? Ich bin schon immer sehr gross. Ich glaube, mit 16 war ich schon 1,90. Das war für mich nie das Problem. Niemand hat gefragt? Nein. Also du warst der, der eingekauft hat? Nein. Das würde ich jetzt so nicht behaupten. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wie würdest du deinen Rausch-Zustand beschreiben? Ist das einfach 1,5 Bier? Oder warst du schon damals betrunken? Ich war jemand, ich konnte immer trinken. Und auch nicht wenig. Bei mir gab es nicht einen Moment, in dem ich dann irgendwie nicht mehr reden konnte. Oder auch irgendwie nicht mehr laufen konnte. Oder mich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ich hatte immer mehr Energie und mehr Energie, bis ich dann irgendwann fand, und habe, jetzt ist der Moment zu Hause gehen, und jetzt gehe ich nach Hause, und dann bin ich nach Hause und habe geschlafen. Aber mir ist nie, also ich habe noch nie wegen Alkohol müssen, mich übergeben. Ich habe noch nie irgendwie, also das ist wirklich noch, das finde ich noch beeindruckend von mir selber. Haben das thematisiert untereinander, das Thema Alkoholkonsum, oder das war einfach da gewesen? Man hat es trunken, man hat das einfach so gemacht. Ja, das hat wie zum Alltag gehört, dass das ein Alkohol... Also klar, ich bin auch so aufgewacht, dass Alkohol ein Genussmittel ist und auch etwas, das zur Verfügung steht, soll und auch wirklich etwas Gutes ist. Und hinter dem stehe ich immer noch. Es hat wie beides Platz. Aber einfach für mich nicht. Aber damals war es schon so, hey ja, nach der Schule, am Wochenende kannte ich irgendwie, man geht etwas trinken, oder ich war einmal in der Jungschütze, auch dort, man geht zusammen ein Bierchen trinken. Das hat wieder zugehört, nach dem Papier sammeln, gehen ein Bierchen trinken. Also es war wirklich so in die Richtung. Bevor wir noch in deine Geschichte eintauchen, was würdest du sagen, damals, wahrscheinlich auch bis heute, was hat so Alkohol für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft? Alkohol hat sehr hohen Stellenwert in unserer westlichen Gesellschaft. Vor allem in Mitteleuropa auch. Wie der ist, finde ich, sehr schwierig zu beurteilen. Also von mir aus gesehen, ich würde sagen, der Alkohol ist richtig und gut auch, aber wiederum, finde ich, hat er extrem viele Gefahren und Risiken, die er mit sich bringt. Du hast in einem Interview etwas mega Spannendes gesagt, und zwar, dass man schon früh so sozialisiert wird, dass der Alkohol so zum Feieren dazugehört, zum Beispiel zum 18. Geburtstag, dass man da anstosst und so, und jetzt darf man ja endlich Alkohol trinken, und jetzt stossen wir an. Aber keinem einzigen Elternteil wäre es jemals in den Sinn gekommen, am Kind zum 18. Geburtstag eine Linie Koks anzubieten. Genau. Das ist eine absolut dramatische Metapher von Dominik Hartmann. Aber es stimmt. Es stimmt schon. Grunde genommen, es stimmt. Und auf die andere Seite kann ich es als gleiche sagen, der unbewusste Umgang mit Zucker oder Koffein, zum Beispiel. Also, dass man sich als Kind oder dass man den Kind mit 5 Fischot ein Glacé gibt, zum Beispiel. Ich kann eigentlich genau gleich schädlich sein für das Hirn und abhängig machen, weiss ich was. Es gibt sehr viele Studien dazu. Ich kenne keine Studie auswendig, ich bin eigentlich kein Wissenschaftler. Es ist schon so, dass der Alkohol so gesellschaftlich etabliert und sozialisiert ist, dass er normal wurde und dazugehört und er oft gar nicht hinterfragt wird. Hast du eine Erklärung, warum das so ist? Ich glaube einfach, das ist historisch, kulturell, hat sich das so über die letzten Jahre tausend etabliert. Ich habe mir das auch mal so vorgestellt. Kennst du den Film Everything Everywhere All At Once? Nein, aber der hat glaube ich einen Oscar gewonnen. Genau. Also es geht nicht mehr so darum, wir sind in einer Situation, aber wir machen eine andere Entscheidung und schauen dann, wo es dort hin wird, mit der Geschichte. Und ich stelle mir manchmal so vor, was wäre es gewesen, wenn zum Beispiel vor 3000 Jahren nicht aus Versehen etwa Hopfen und Malz oder andere Kräuter ihn vergessen hat auf dem warmen Topf, sondern irgendwie aus Versehen angefangen hat Haschisch rauchen und sich Hanf so etabliert hat, zum Beispiel. Aber das sind verschiedene Sachen, die dazu geführt haben, dass der Alkohol so etabliert ist, wie er jetzt etabliert ist. Also zum Beispiel, ich weiss noch, meine Eltern haben gesagt, wenn du bis 18 rein rauchst, dann zahlen wir die Autoprüfung. Classic. Also das heisst, ich glaube viele Leute wachsen so auf, bitte nicht rauchen, Achtung die harten Drogen, stossen wir jetzt aber noch schnell auf den Geburtstag. Genau. Es ist einfach so, ich weiss nicht, wann ist das mit der Raucherprävention vor 20, 30 Jahren? So etwa dann, Anfang des 90er Jahre, als wir gefunden haben, es macht doch Krebs. So. Das ist glaube ich, beim Alkohol wäre die Studie nicht gemacht oder nicht so veröffentlicht, glaube ich. Sonst wäre man vielleicht auch, ja. Wie schätzt du den Stellenwert vom Alkohol bei queeren Menschen ein? Was hat das für eine Bedeutung für uns als Community? Für uns als Community? Für uns als Community, also, ich muss das ein bisschen auseinanderfächern, damit ich da klar unterscheide. Also ich muss, auf einmal ist es nur meine Erfahrung, meine Erachtungserfahrung, von was ich rede. Von was ich rede, ist zum Beispiel, ich weiss einfach, dass du mit schwulen Männern im Ausgang ganz guten Trinkumsatz kannst machen in der Bar. Das ist oft auch ein attraktives Attribut für ein Venue, um zu sagen, okay, machen wir eine schwule Party, weil einfach verhältnismässig mehr konsumiert wird. Ein Baukopfumsatz. Ja. Dann, meine subjektive Erfahrung ist zum Beispiel, durch das Outing und auf der Suche nach, okay, wo gehöre ich dazu, wo sind meine Leute, wo bin ich daheim, ist der erste Anfangspunkt bei mir gewesen, ich glaube, eine Purple Moon Party in der Kaserne. Oh nein, ich glaube sogar noch einmal im T&M gewesen. Ich weiss es nicht mehr, aber auf jeden Fall, ich bin ein Etablissement, wo es darum gegangen ist, dass man Party macht und konsumiert. Das ist der erste Anfangspunkt gewesen, Berührungspunkt mit einer schwulen Community und nicht, sage ich mal, einen schwulen Jugendreigen oder Turnverein oder Pfade oder weiss ich was. Aber das ist zum Beispiel bei mir auch so gewesen, wenn du jetzt darüber redest, also für mich ist es sozusagen, die schwule Befreiung hat für mich angefangen mit mal ins Cranberries gehen, eine so eine bekannte historische Schwulenbar in Zürich und dann gleich weiter hochlaufen ins T&M, ein Club, den es heute nicht mehr gibt. Und wenn ich mir so überlege, es ist, ich habe in meinem Leben lang nie bin ich an sonst etwas anderem als Nachtleben in Kontakt gekommen. Also es hat keine Pfade gegeben, es hat keinen Theaterverein gegeben, es hat nichts gegeben. Also es ist etwas, was man am Abend machen musste. Ergo man konsumieren und es war spät, es war nicht etwas, was man den Tag durchmacht, wie vielleicht in der Meitlerie am Samstag Nachmittag. Genau. Also es war unvermeidbar, dass sich das zusammen geconnectet hat, aus meiner Perspektive. Ähm, genau. Und ja, dementsprechend hat es auch damit angefangen, okay, ich komme an einen Ort, wo ich nicht weiss, wer da alles wird sein. Ich bin mega verunsichert, bin ich selbstbewusst, ich bin nicht selbstbewusst gewesen in diesem Setting. Also es war natürlich schon der Alkohol auch ein Hilfsmittel, um mir die Illusionen zu geben, von Selbstbewusstsein und Sicherheit, um mich dann überhaupt in dieses Setting hineinzubegeben und mich dort irgendwie mal auszuprobieren. So. Jetzt, ich weiss, du hast keine Studie gemacht, aber so von deinem Gefühl her, glaubst du, dass queere Menschen vielleicht eher anfällig sind für Drogen und Alkohol, weil das vielleicht gerade in der Unterdrückung, die wir auch darin erleben, oder ich kann es jetzt nochmal sagen, zum Beispiel als schwuler Mann, finde ich, hat man vielfach erlebt, dass Sexualität etwas Böses ist, etwas Schlechtes, es ist entweder pervers oder man steckt sich mit HIV an. Also man wächst auf, nicht mit einer lustvollen Sexualität oder mit einem guten Körpergefühl und dass der Alkohol, so pragmatisch, dass es jetzt klingt, man kann sich etwas lösen, man kann entspannt sein und dass wir vielleicht im Schnitt halt einfach etwas anfälliger sind für das. Ich kann mir schon vorstellen, dass das effektiv etwas war, auch wenn ich darüber überlege, dass queere Leute halt auch mehr gefördert sind, psychische und mentale und seelische Schmerzen, Krankheiten und Gewalt zu erleben und da natürlich Drogen und Alkohol auch einfach schnelle Ablöse behaupten. die schnell zugänglich ist, auch. Das kann ich mir schon vorstellen. Jetzt, es gibt leider nicht so viele Studien zu dem Thema, wo das wissenschaftlich vorstellt. Es gibt aber eine interessante Studie von 2007, wo den Konsum untersucht hat bei heterosexuellen, Männer und schwule, schrägstich bisexuelle Männer. Und die hat herausgefunden, dass queere Männer mehr Zigaretten rauchen und mehr illegale Drogen nehmen. Das Verhalten von lesbischen oder bisexuellen Frauen oder trans Personen oder anderen queeren Personen ist nicht erforscht worden. Also von dem her, es könnte in diese Richtung gehen, man weiss es halt einfach nicht mit einer grosserflächigen Studie. Glaubst du, dass sich das in der letzten Zeit in der Gesellschaft verändert hat? Verändert hat der Alkoholkonsum? Oder findest du ihn immer noch, wenn du es vergleichst, gleich problematisch wie damals? Nein, also zum Beispiel der Weinkonsum. Der Weinkonsum war, glaube ich, der schlechteste Weinjahr seit den 60er Jahren. Global gesehen. Und ich merke schon auch, dass es eben die anderen Queer und Soberorganisationen gibt in Amsterdam, Brüssel, New York, weiss ich was. Und auch auf Social Media kann ich auch beobachten, dass es mehr unter einem selbstoptimierischen, kapitalistischen, weiss ich was, Zweck, auch die Leute sagen, hey, sober sind, leistungsfähig, dass das schon mehr so in die, dass das schon andere, schon auch mehr Fokus bekommen hat als vor 10 Jahren. Also viel mehr als vor 10 Jahren. Du hast vorher erzählt, du hast mit 13 zum ersten Mal Alkohol getrunken und nachher immer wieder. Und mit 26 hat es dich aber anfangen zu stören, der Alkoholkonsum. Und du hast nachher den ersten Schritt richtig Suchtberatung gemacht. Bevor wir dort hineingehen, würde ich gerne wissen, was hat dich dort anfangen zu stören und wie hat so mit 26 dein Konsum ausgesehen? Also das war, während des Studiums noch, in meinem Bachelorstudium Schauspiel hier. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich Alkohol trinke, also zum Beispiel, wir sind, also wie der Alkoholkonsum ausgesehen, kann ich vielleicht mal dort anfangen. Wir sind am Mittwoch in die Heldenbar und haben sicher dort 1, 2, 3, 4 Drinks gehabt. Und dann wieder nicht, weil am nächsten Morgen früh, wir hatten den Tag voll mit Studienfächern und am Morgen früh hatten wir immer eine Bewegung oder Akrobatik oder Tanz gehabt. Und dann mussten wir immer bereit sein. Aber wir haben es natürlich gleich gemacht. Das hat dann zu diesem Lifestyle gehört, von ein bisschen so Schauspielstudierenden, Künstler. So, sorry. Prekär. Verhaupt nicht. Und dann am Wochenende halt auch wieder einfach getrunken, zusammen zu Nacht gegessen. Dann im Schwulenausgang auch hauptsächlich. Und dort auch wirklich dann auch gerne bis am Morgen um 4, 5 Uhr unterwegs gewesen. So hat das ausgesehen. Und ich habe einfach gemerkt, während dem Studium, wo bei uns, bei mir halt sehr viel damit zu tun hat, wie nehme ich mich selber wahr und wie kann ich mich selber bedienen, mein System, mein emotionales, psychisches, physisches System, um andere Zustände herzustellen. Und ich habe gemerkt, ich habe einfach nicht einen guten Zugriff darauf, wenn ich Alkohol trunken habe. Also auf deine Gefühle oder auf was? Auf meine Gefühle, sondern dass ich dann mehr so ausgeliefert gewesen bin oder zu fest ja ausgeliefert gewesen bin und dann nicht die gleiche Energie hatte, um gewisse Zustände und so überhaupt herzustellen, weil ich dann noch ganz anders gewesen bin. Zum Beispiel. Und ich habe dann auch gemerkt, das bin nicht ich. Das habe ich vor allem gemerkt, dass Alkohol etwas bei mir auslöst, das gar nicht ich bin. Sondern einfach, das ist Symptomatik vom Alkohol. Hat dich dann auch die Menge gestört, an wie vielen Tagen du pro Woche Alkohol trinkst oder hat dich mehr einfach den Zustand, wo dich Alkohol reinbringt, gestört? Beides. Ich hatte immer so eine goldige Regel gehabt, an mehr Tagen pro Woche nicht trinken, wie ich trinke. Das heisst, ich durfte drei Tage in der Woche trinken. Ausser, das war natürlich etwas Besonderes. Das ist natürlich auch oft Furch. Hast du dir eine Ausnahme gegeben? Es gab immer irgendwo eine Ausnahme gegeben, zum sagen, heute trinken wir eins, heute ist wieder die Mäntigung oder so. Ich weiss doch nicht. Und dann, dadurch, dass ich einfach die Fähigkeit hatte, einfach reinzulehren, ohne dass ich da gross angefangen habe, zu straucheln, oder weiss ich was. Sondern, dass es immer das Halligalli grösser wurde, bis ich fand, ich gehe ins Bett. Es waren dann schon das auch viele, die ich dann objektiv mal nüchtern betrachtet nicht vertreten konnte. Also, warst du einen Pegeltrinker? Also, dass du dich da draussen nicht gewöhnt hast, dass du eigentlich nach aussen funktioniert hast und dich eigentlich gewöhnt hast? Ich würde das so gar nicht sagen, ich würde das einfach schon immer können. Ja, okay. Ich vermute, das liegt mit dem ADHS zusammen, weil so das, was ich gelesen habe, ist so, Leute, die ADHS haben, denen passiert einfach mit dem Alkohol einen grösseren Dopaminausschuss und dann bist du einfach High-Energy. Mhm. Was hast du eigentlich alles getrunken? Also, hast du durcheinander getrunken? Hast du viele harte Sachen getrunken? Ich habe immer durcheinander getrunken. Es war mir wirklich gleich. Also, wir haben, nein, viel Prosecco haben wir getrunken. Ja, sehr gay. Very gay. Very Prosecco und am Anfang noch, glaube ich, auch so von dieser Serie Abfab der Wodka. Mhm. So, das war schon unser Ding. Das war schon unser Ding. Konsum. Was ist der Auslöser gewesen? Was hat dich gestört an deinem Konsum? Kurz abgebrochen, eigentlich war es eine Kosten-Nutzen-Rechnung gewesen. der Moment, wo mich Alkohol gut fühlen lassen hat und ich die Situation vergessen konnte. Oder so meine alltäglichen oder persönlichen Probleme. Ähm, dieser Zeitraum war viel kürzer und nachher mein Hangover, so gesagt, ist dann mehr so ins Depressiv hineingegangen, ein bisschen melancholisch. Und der war dann viel länger als der kurze Glücksmoment, wo ich mit dem Alkohol erlebt habe. Also, ich bin nicht jetzt extrem depressiv gewesen, oder weiss ich was, sondern es ist einfach so gemerkt, so, uh, das wiegt sich nicht auf der Weigschale auf. Und ich habe dann gefunden zu mir, okay, schau, das machst du jetzt noch bis 25. und dann step sober und dann hörst du auf mit dem. In diesem Fall, die schlechten Phasen, sind dann die wie am Tag drauf am Morgen gewesen? Also, bist du nicht mehr aus dem Bett raus gekommen? Oder bist du einfach für Katerer gewesen? Nein, nein, ich war immer super pünktlich gewesen. Wir hatten ja auch nicht spät gekommen im Studium, sonst hätte es dann die Zählung gestützt und weiss ich was. Und das wollte ich erst recht nicht machen. Aber ich habe einfach gemerkt, eben auch im Zusammenhang mit dem Studium der Zugriff auf mein System, sprich meine mentale, psychische, physische, emotionale Ebenen, waren nicht so zugriffbar wie im nüchternen, ausgeglichenen Zustand. Ist das etwas, was bei dir von innen gekommen ist? Oder hat dir dein Unfall auch gespiegelt, hey, ich glaube, du solltest jetzt mal wieder etwas mehr Wasser trinken? Oder du trinkst zu viel? Beides. Also es war ja so, dass ich jetzt effektiv die ganze Zeit Rückmeldungen bekommen habe, hey, nein, weil ich bin ja dann immer wahnsinnig lustig und unterhaltsam. Das kommt ja noch dazu. Das ist dann schon auch sehr amüsant mit mir zu trinken. Kann ich mir vorstellen, oder meine ich auf jeden Fall zu wissen. Ich habe es dann einfach selber gemerkt, eben mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Aftermath. So in dem Sinn. Und wie ich mich selber von aussen Wort genommen habe in dem Moment. und dann gefunden habe ich, hey, die Person auf Alkohol. Oder, wenn ich Alkohol getrunken habe und wenn ich noch einen Kater habe, das bin nicht ich eigentlich. Und ich wollte eigentlich mich sein. Aber das konnte ich nicht mit Alkohol oder mit Nachwirkungen auf Alkohol sein. Wie hast du reagiert, wenn jemand dir gesagt hat, du trinkst zu viel? Horror! Horror! Ich habe natürlich dann... Attacke? Nein! Nein, überhaupt nicht! Scham! Ein ganzer Haufen Scham! Scham und ein schlechtes Gewissen und dann ist es natürlich auch wieder, und das war dann so ein kleiner Teufelskreis, dann ist das auf meine Selbstbewusstsein gegangen und dann ist das so ein kleines Perpetuum mobile gewesen, so ganz heimlich Unterschwellung vor sich eingeschwadert hat. Klingt aber noch so, als wärst du mit 25 auch eine Art sehr reif gewesen. Du hast das auch anerkennen können, weil man weiss ja auch beim Alkohol ist es, also ich kenne das auch selber aus dem Unfall, es ist etwas, was sehr schwierig ist zum Ansprechen und Leute, die zu viel Alkohol trinken, schnell ins Verteidigen, attackieren kommen. Also, man muss sich schon überlegen. Ich habe mich vertrauen zu bei, sonst kann ich das ansprechen. Also die Personen, die das angesprochen haben, Freundinnen, die Familie sind, quasi die bestaute Vertrauensbasis. Und zusätzlich, ich bin immer noch in einem Haushalt aufgewachsen, wo eben der Alkoholkonsumtum sehr reflektiert stattgefunden hat, sehr moderat auch und sehr im bewussten Umgang, damit eigentlich auch mir mitgegeben wurde und mir so anerzogen wurde. Darum ist, glaube ich, beides zusammen und plus meine Reflexionsfähigkeit bewirkt, dass ich dann gefunden habe, this is not for me. It's not a match. Das heisst, du hast ganz aufgehört mit dem Alkohol? Genau. Ich habe dann wirklich ganz aufgehört, trinken, im, ich weiss es noch genau, im Februar 2018, kurz vor meinem 26. Geburtstag. Und wie war das aufzuhören? Komisch. Es ist wirklich so ungewohnt halt. Es ist so, okay, was mache ich am Freitagabend? Was mache ich am Sonntag? Was mache ich alleine? Weil meine Freundinnen waren im Ausgangsabend und am Sonntag meistens nicht so fit. Und dann wurde ich auf einmal auf mich zurückgeworfen und so, okay, was mache ich jetzt mit mir? Und mit meiner Zeit, und mit meiner Energie, die ich für dich habe. Also du hast dich aus diesen Partysituationen rausgenommen? Komplett? Ja, weil ich gewusst habe, also erstens mal einfach, um nicht in die Situation zu kommen, in der ich trinken würde. Und zweitens, weil mittlerweile kann ich es gut und finde es auch völlig okay, aber ich habe damals auch nicht in einem Setting sein können, weil ich das einfach so unerträglich gefunden habe eigentlich. Also ich weiss nicht, wieso ich freiwillig fünf Meter unter der Erde in einen dunklen Raum gehen würde, wo es mega laut ist und du verstehst nichts und es ist heiss. Ich weiss nicht, warum ich das hätte machen, ausser das ist eine coole Sennah. Im nüchternen Zustand war das sehr komisch für mich. Völlig überreizt auch. Hast du Angst gehabt, dass du dich wieder verführen lässt? Verführen lassen in dem Sinne nicht, aber ich habe einfach gewusst, dass die Übersprungshandlung näher ist. Natürlich, durch die physische Anweisenheit von dem Ganzen. Hast du eine Art Entzugserscheinungen gehabt? Also ich habe jetzt nicht so einen klassischen Alkoholentzug gehabt, der zittert hat und ich habe weisse Mäuse an den Wänden gesehen. Die sehe ich auch sonst, by the way. Nein, das nicht. Ich habe Entzugserscheinungen gehabt, in dem Sinne physische nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich war auch nicht wirklich körperlich abhängig, sondern mehr auf einer psychischen, emotionalen Ebene habe ich gemerkt, wie sich da etwas verschiebt. In dem Sinne, wo alles, was mit dem Alkohol zusammen verbunden war und mit dem Ausgang mir jetzt wie auf dem Konto im Minus ist. Aber ich wusste nicht, mit welcher Weise ich das Konto wieder auffülle. Weil die Währung Alkohol, Party machen, sozial sein, dann wie weggefallen ist. Und dann habe ich mir eine andere Währung suchen. Und das war dann der Sport. Zum Beispiel. Das heisst, du hast einfach mehr Sporttreib am Abend, während die anderen am Party machen waren. Bist du gut joggen? Ich bin nicht am Abend gut joggen, ich bin am Morgen gut joggen. Also früher, mittlerweile nicht mehr. Aber ich bin dann, ja, ich bin dann oft auch am Wochenende, auch, habe ich mir dann vorgenommen, okay, schau, jetzt gehst du nach Hause, und dann am Morgen dafür gehst du um 10 an SVZ Body Combat. Super. So, dann habe ich mir das auch so gebaut, dass ich mich dann auf etwas freuen kann, weil der Sport hat mit der Zeit bei mir eine sehr positive Auswirkung gehabt, psychisch und physisch. und dann hat sich das dann wie so verschoben in den Sport. Du hast vorher gesagt, das sei eine Phase gewesen, das heisst, du hast dann irgendwann mal dann wieder angefangen zu trinken, oder was ist dort passiert? Genau. Nach diesen 4-5 Jahren? Ja. Ich habe dann irgendwann gefunden, hey, mir geht es doch eigentlich so gut, und ich bin doch so zufrieden, und alles, ich fahre doch jetzt einfach wieder einmal moderat zu trinken, das hat doch irgendwie Dinnenlicker zwei Wochen gut gegangen, und dann, äh, habe ich auch wieder gefunden, gut, Freitagabend, up, let's go, Samstagmorgen um 5 Uhr nach Hause gekommen. Das ist dann so schnell mal gegangen, also es ist wirklich, die Zündschnur ist sehr kurz dort, und dann, eben, wie schon vorher erwähnt, ich werde nicht, ich habe dann mehr Energie, es wird immer lustiger, und so, und dann, ähm, eben, es ist vermutlich, dass es auch mit dem ADHS zusammenliegt, aber das ist etwas anderes wieder. Du bist in eine Suchterratung gegangen. Dort, ja. Du hast ein sogenanntes 12-Steps-Programm ausprobiert. Was hast du dort genau gemacht, und wie ist das gewesen? Also, meine Intention dahinter war eigentlich, ich möchte in einem Setting, um meinen Alkoholkonsum zu besprechen, wo auch queer ist. Das war so mein erster Ding. Ich möchte das mit dem Launcher besprechen, die wissen, wo ich mich bewege, und woher ich komme, und wo ich mich auch nicht erklären muss. Und ich habe gefunden, hey, ich kenne mich, ich brauche ein Programm, ich brauche meine Steps, das und das machen, dann kommt dabei das und das raus, und dann ist alles gut. Und dann denke ich, okay, gut, ich probiere das einfach mal, ich gehe jetzt zu den anonymen Alkoholikern. Obwohl ich mich selber gar nicht als effektiver Alkoholiker gesehen habe, weil ich gefunden habe, Alkoholiker sind Leute, die morgen aufstehen, und zuerst zwei Dezilliter Alkohol zu trinken, um überhaupt funktionsfähig zu sein, das war ich ja nicht. Und danach bin ich dorthin, und es war ein Angebot, LGBTQIA+, glaube ich nicht, von der Stadt Zürich aus, ich weiss nicht mehr, das ist jetzt schon gleich von der Stadt Zürich aus, und es war in einer reformierten Kirche, nur schon das. Und dann bin ich dorthin, und es war einfach nicht das drin, was drauf gestanden ist. Plus eben das 12-Steps-Programm, der erste Satz ist eben, ich ergib mich, ich bin hilflos, ich bin nicht mächtig, bitte rette mich. Und ich so, no, thank you, das ist auch nicht das, was ich finde, weil ich finde, wenn jemand kommt und sagt, hey, look, das stört mich, das will dich verändern, dann ist das schon ein ermächtigender, kraftvoller Akt, eigentlich, und nicht etwas passives, Opferiges, Anfängsschlusszeichen, nicht wert und gemeint. Ja, richtig. Und dann bin ich wieder raus, und dann habe ich ein Bier getrunken. Dann bin ich zum Glück wieder alleine. Hast du das gleich mal verarbeiten, das Erlebnis? Also ich habe das so absurd gefunden, dass ich gefunden habe, weisst du, bevor du so ein Kackprogramm machst, kannst du im Fall lieber jetzt einfach nochmal ein Bier gut trinken, wirklich. Und nachher? Und dann habe ich gefunden, nein, das stimmt vielleicht wieder doch auch nicht. Du siehst, die innere Debatte ist bei mir ongoing. Dann habe ich gefunden, okay, look, in diesem Fall ist es das nicht. Und ich gehe sonst einen Weg eh in Therapie, und dann habe ich gefunden, ich mache das einfach mit dort begleitend, so in die Richtung. Was heisst begleitend? Einfach über das Thema also wie Therapie, man spricht darüber und so. Und dann habe ich gefunden, okay, was kann ich machen? Warum genau stört es mich, wenn ich kein Alkohol mehr trinke? Und das war die soziale Komponente hauptsächlich. Und die Selbstbewusstsein-Komponente, das war das. Unter dem Strich eben die Zugehörigkeit. dass ich mich in einem Raum bewegen kann, wo ich das Gefühl habe, ich gehöre dazu. Und das ist gut so, dass ich da bin. Seit wie lange trinnst du der Unterschied. Und der Unterschied zum zum ersten Mal Sober gewesen, hat es sich angefühlt wie ein Verzicht. Und jetzt mit der Erfahrung dazwischen, ist es jetzt wie so eine Erleichterung. Tatsächlich. Also es ist, ich bin so froh, habe ich nicht mehr das Bedürfnis am Freitagabend in den Ausgang zu gehen, sondern mein Wunsch ist dann so, hey weisst du was, einfach 10 Stunden zu pennen. Ja. Nicht so wah geil. Du bist Mitgründer einer neuen Community, die heisst Queer and Sober. Ihr habt auch eine Instagram-Seite, die heisst atqueerandsober, also queerandsober underline ch, also unterstichpunkt ch. Nein, unterline ch. Unterline ch. Aber nicht queer so geschrieben wie das Kaffee-Bar, sondern Q-U-E-E-R-O-N-D-S-O-B-E-R unterstich ch. Danke vielmals. Ein kleiner Werbespot für eure Gruppe. Warum hast du die Gruppe gegründet oder mitgegründet und was ist die Idee dahinter? Also, ich bin dann recherchieren, immer wenn ich ein Problem habe, gehe ich recherchieren und schaue, was es geht zu machen. Und dann bin ich darauf gestossen, so anschaue, hey, in Amsterdam gibt es die Queer and Sober Gruppen und die haben irgendwie, ich bin mega beidrückt gewesen, die hatten so 2-3'000 Follower die haben am Wochenende Sachen untereinander, die sind zusammen in Karaoke-Bars, die sind zusammen sonst irgendetwas, die haben ein Boot an der Pride. Also so mega cool, ich habe das vorher gar nicht gekannt. Also das gibt es also, dass es queere Gemeinschaftsräume gibt, wo man zusammen etwas unternimmt und gehen Party machen unter Umständen auch einfach sober. so, es heisst so nicht nur, weil du keine, das heisst für mich also, hat sich die Realität aufgetaucht, dass wenn ich kein Alkohol trinke, heisst das nicht, dass ich aufs andere verzichten muss, sondern dass beides geht. Und, dann bin ich zuerst mal mega beidrückt gewesen und habe das mal ein bisschen angeschaut und so, und habe ich mir überlegt, hey, eigentlich wäre das schon cool, wenn es das hier in Zürich gibt. Da habe ich mich lange nicht getraut, das zu machen. Dann habe ich mal den Instagram Account gemacht und nachher habe ich so irgendwie 6-7 Follower gehabt. Dann habe ich Schiss bekommen und habe gleich wieder gelöscht. So, und dann... Von was hast du Angst gehabt? Hey, im Fall die Rückmeldungen, die es gibt, wenn man keinen Alkohol mit trinkt. Also dich zu outen? Mich zu outen. Nochmals zu outen? Mich nochmals zu outen als nüchterne Person, weil nüchtern sein kann im Gegenüber sehr viel triggern, was nichts mehr zu tun hat. Und das habe ich... Und dann muss ich mir auch erklären, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Ja, warum trinkst du keinen Alkohol mehr? Keine Ahnung, ich bin schwanger, ich weiss doch nicht. Aber das sind immer so die Gespräche, unnötige Gespräche, die dann stattfinden. Oder einfach, ja, ich mache mich so wie ich mich wunderbar, ich mache mich angriffbar, habe ich so gedacht am Anfang. Und dann habe ich das mal ähm, den Instagram Account gemacht. Und dann, September letztes Jahr, haben wir so wie das erste Treffen gehabt in dem Sinn. Und es ist ganz klar dahinter gestanden. Es ist ja immer so etabliert, es ist kein therapeutisches Setting. Es geht wirklich darum, eigentlich Sachen zu unternehmen und eine Gemeinschaft und einen sozialen Raum zu eröffnen für Leute, die queer sind und sober. Und was machen denn viele Sachen? Also was sind so die Aktivitäten und wie viel sind sie dabei? Also mittlerweile, ähm, die mediale und die, äh, Social Media Aufmerksamkeit ist ziemlich gross. Also die Leute, äh, ziehen sehr viel daraus, dass es den Instagram Account gibt, dass sie mit dem schon wissen, aha, sie sind nicht alleine. Es gibt eine Gemeinschaft, das tut schon mal eine Gemeinschaft bilden. Es gibt einen WhatsApp Gruppenchat, wo man sich quasi, ähm, quasi wing-sober-queer-people suchen für gewisse Anlässe. Und wir haben einfach jeden Dienstag, den ersten Dienstag im Monat, wo es, ähm, queer-and-sober-gathering ist. Das ist momentan das, was stattfindet. Und wenn es sich jetzt, ähm, fassen wir statt, also wir haben jetzt keinen persönlichen Ehrgeiz dahinter, zum sagen, hey, das muss jetzt etablieren, das muss jetzt mega-famous werden, das muss jetzt mega-gross werden, sondern uns ist einfach so, wir wollen das Gefäß einfach mal hinstellen und schauen, was alles rein kommt. Momentan kommt nicht so viel rein, äh, im Live. Also, wir haben das eben das einte Meeting-Treffen und da kommen immer so drei bis sieben Leute, was ja schon eigentlich cool ist. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir schon einen Party voranstehen können mit 300 Leuten, die dann voll wären. Ähm, das hat verschiedene Gründe, ich weiss es nicht, aber auf jeden Fall behalt es mir jetzt einfach mal das so auf dem Setting bei und wir haben schon die Idee gehabt, dann auch natürlich Sachen, ähm, was wir gesehen haben, wo es auch im, ich meine, Brüssel, Belgien hat jetzt auch Brüssel Queer & Sober, die haben ja alle, die machen Branches, die machen Yoga, die gehen gehen wandern. Ich bin jetzt letzte Wochenende aufs Boat, auf der Pride eingeladen gewesen, ich habe leider nicht gehen aufs Queer & Sober Board weil wir mega gerne gehen nächstes Jahr. Also die haben dort eine viel grössere Community und leben das viel anders als da in Zürich. Du hast vorher gesagt, dass du Angst vor den Reaktionen auch gehabt hast und eben am Anfang noch kurz Instagram gelöst hast, hast du denn die Reaktion auch bekommen? Also hat es auch Kritik gegeben oder Leute, die dann vielleicht Verteidiger gekommen sind? Hey, ja, aber das merke ich auch, das gibt es jetzt immer wieder, so Leute, wo es, wo dann, wie kann ich es vergleichen, zum Beispiel, kommt am Tisch und sagt, ich esse kein Fleisch und dann muss die andere Person sagen, ich esse im Fall auch nicht so viel Fleisch. Also weisst du, ich esse vielleicht einmal in der Woche. Aber nur vom Metzger und Bio. und es ist so, hey, mir ist es gleich, wie viel Fleisch du isst und wie viel Fleisch du nicht isst. Aber es ist auch so, es kann dir auch gleich sein, dass ich kein Fleisch esse. Ich erwarte nicht. Also zum Beispiel, letzte Woche haben wir ja diese Queer & Sober Bar hatte, der Helder Bar. Und das Spektrum von Reaktionen war grandios. Also es hatten Leute, die sind abgestossen von diesem Konzept, fast schon ekelerregt vorhanden gestanden. Also wirklich, ich musste wirklich lachen. Die eine Person hat wirklich so gesagt, wach, nein, wach, sich nicht. Und ist dann sofort rüber gelaufen. Und ich so, hey, easy, ist im Fall völlig okay, es gibt noch zwei andere Bar. Und dann Leute, die extrem dankbar dafür sind, dass es so eine Bar gibt und dass es jetzt eine Karte gibt, eine alkoholfreie Karte, die hat es schon vorgegeben, aber die jetzt einfach grösser ist. Und ich muss sagen, das ist eben schon krass, was der simple Akt vom Ich bin nicht dann für Amplitude hervorrufen kann, die ich sonst nicht erwartet hätte eigentlich. Ich finde es eben noch spannend, was du sagst, weil ich habe drei, vier Jahre vegetarisch gelebt, jetzt isse ich wieder ein bisschen Fleisch. Aber nur vom Ich gebe zu, ich habe auch schon mal Fleisch gegessen, wenn ich nicht weiss, woher es kommt. Ich meine, im Restaurant siehst du es ja nicht immer. Aber was ich noch spannend gefunden habe, zum Vergleichen, viele Leute haben mich gefragt, warum isst du kein Fleisch? Und ich habe dann auch gesagt, warum isst du denn Fleisch? Und ich finde es so spannend, dass eigentlich immer die Leute, die von der Norm abweichen, sich erklären müssen, warum sie das machen. Und wir können ja genau gleich auch sagen, warum trinkst du keine Alkohol? Ja, warum trinkst du Alkohol? Ja, natürlich. Und das ist ja eigentlich ganz eine simple Frage, aber ich finde, es steckt eben so viel drin. Es steckt sehr viel drin. Es war auch lustig, zu beobachten, letztes Mittwoch sind so Leute an die Bar gelaufen, wo sie dann gemerkt haben, dass es eine alkoholfreie Bar ist. Sie mussten die bewusste Entscheidung treffen, dass sie jetzt an eine Bar gehen, die Alkohol serviert. Und da habe ich schon gesagt, es geht jetzt extrem viel ab. Und sie hat mir wahrscheinlich leid da, dass ich sie jetzt die Bar so getriggert hätte wegen irgendetwas. Sorry. Sie haben ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Du hast ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie haben aber auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, ich habe mich schlecht gefühlt, dass die Leute sich jetzt schlecht fühlen, weil ich ihnen nicht geben kann, was sie eigentlich wollen. Ja, okay, gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es ist mega viel. Also ja, wenn jemand fragst, so hey, warum trinkst du eigentlich genau Alkohol? Ja, also da gibt es halt so viele, weil es gibt verschiedene Gründe, wo man sich auch aufzählen, wieso man das macht. Aber ja. Wenn jetzt du ein bisschen zurücklässt auf dein Leben oder vor allem jetzt auch die Phasen, wo du gar keinen Alkohol trinkst, was würdest du sagen, was sind so die grössten Sachen, die sich in deinem Leben verändert haben in Bezug auf Freundschaften, in Bezug auf Party, in Bezug auf Sexualität oder auch um Selbstbewusstsein? Es sind jetzt viele Fragen, das ist eine grosse Frage. Aber was hat sich bei dir verändert? Es ist alles viel nachhaltiger geworden. Also ich führe meine Freundschaften nachhaltiger und qualitativer als mehr so in der Quantität oder im Hedonistischen oder weiss ich was. Mein Selbstbewusstsein habe ich aufbauen, nüchtern. Das war schon sehr viel. Und auch die Sexualität ist natürlich auch ein riesiges Thema. Also nüchtern, selbstbewusst, sinnlich, sich lockieren lassen, Sex zu haben. Das habe ich schon viel gebraucht, um mich in diese Situation hinein zu begeben. Und das ist etwas, das manchmal besser und manchmal schlechter funktioniert. Das ist völlig legitim. Aber das war ein sehr grosser Schritt. eigentlich, wo bis jetzt auch etwas wunderbares daraus entstanden ist, dass ich nüchtern Sachen geniessen kann, die ich früher nicht geniessen konnte, weil es mir zuerst nicht aufgefallen ist, weil es mir super gegangen ist, weil ich betrunken war. oder mein Fokus noch anders war, weil ich noch im Verkater hatte. Oder ich halt nicht über das nachgedenkt habe, weil ich gar nie zu dieser Ruhe und dieser Achtsamkeit, sage ich jetzt das grosse Wort, gekommen bin, um mich überhaupt daran erfreuen zu können. Wie geht es dir heute? Es geht mir gut. Also ich bin zufrieden. Das ist cool. Und sehr dankbar, dass ich in dieser privilegierten Situation bin, mein Leben so gestalten, nüchtern, dass es für mich passt. Das ist mir natürlich auch bewusst. Nicht jede Person kann es sich effektiv leisten, nüchtern zu sein. Das ist ein anderes grosses Thema. Was hoffst du für dich, wie es weitergeht, mit dem Projekt Queer und Sober und vielleicht auch mit dem Thema Alkohol? Ist das für dich klar? Nie wieder? Momentan, sage ich, ich schliesse allgemein nichts aus in meinem Leben. So, das mache ich nicht. Es kann sein, dass ich in fünf Jahren finde, ich mache jetzt noch die Nummer aus Klaus aus und mache eine Hausarztpraxis auf. Ich weiss es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich habe keine Lust auf die Nummer aus Klaus aus. Aber ich hoffe, dass Queer und Sober jemandem helfen können. Vielleicht zwei Leute. Oder dass jemand dort den Anklang oder die Zugehörigkeit findet. Und dann ist das schon super. Wenn ich wünsche, wünsche ich mir, dass es sich natürlich so etabliert, wie im Ausland. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Das ist auch völlig okay. Wir werden es jetzt einfach so weiterlaufen lassen, wie es jetzt läuft, und schauen, was passiert. Danke dir, Dominik. Du bist wieder da gewesen und hast die Geschichte erzählt. Danke auch. Danke. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.